Hey meine Freunde, willkommen zur vierten Folge von Mod2Mistakes und heute schauen wir uns gemeinsam mit Letos an, wie verhält er sich am Button und was könnt ihr machen, um besser vom Button die Blind zu klauen. Letos, ich hoffe, bei dir ist alles gut, mein Lieber. Bei mir ist alles bestens. Ich hoffe, bei dir auch. Bei mir auch. Danke, danke. Ich würde sagen, lass uns direkt reingehen. Wir haben schon den Filter gesetzt in die Hände, die du vom Button gespielt hast. Also wir haben uns hier schon mal einen Filter gesetzt. Das können auch alle, die den Holdingmanager benutzen, oben in die Filter-Einstellung. Ihr könnt halt euch sortieren, welche Position habt ihr die meisten Fehler, was wollt ihr lernen. Und wir haben uns jetzt nach dem Filter die Option gewählt Button und die erste Action vom Button, also Open Raise. Und jetzt haben wir uns die Hände rausgefiltert, um zu schauen, stehlt Letos korrekt, reift er korrekt die Blights an. Ich würde sagen, lass uns vielleicht die erste Hand oben nehmen. Die du als Er... Genau. Dass wir einmal schauen, wie hast du dich da verhalten und was gibt es da zu beachten. Klick mal vor bis zur ersten Action, also bis zum Open Raise. Okay. Sollte klar sein. Schauen wir mal, was passiert. Mhm. So, Button Defended. Was glaubst du, wie viel Prozent seiner Hände Defended er? Äh, im Big Blind? Ja. Ich würde sagen, so um die 50, 60 Prozent. Okay. Also, wenn wir da korrekte Werte haben, würde ich sagen, er wird wahrscheinlich 70, 80, 90 Prozent Defended. Warum? Weil er einfach nur ein Big Blind nachschmeißen muss. Das heißt, so Hände wie 3, 4 Suited, 5, 6 Offsuit, Bube 8, Bube 7, all die Hände werden halt defenden und wenn man sich überlegt, was schmeißt du überhaupt weg, dann ist das einfach nur die größte Grütze wie 9, 2 Offsuit, 8, 3 Offsuit vielleicht und selbst das defenden viele halt irgendwie noch in den Blinds. Deswegen kannst du schon ausgehen, dass dein Gegner eine extrem weite Range hat und ca. mindestens 80 Prozent defenden sollte, im Normalfall. Okay, das überrascht mich aber gut. Genau, aber wichtig, also, dass du da dich auch orientierst. Was glaubst du, wie viele Hände solltest du am Button raisen? Wie viel Prozent deiner Range? Ja, jetzt, nachdem du das gesagt hast, würde ich sagen, also vorher hätte ich wahrscheinlich auch so um die 50, 60 Prozent gesagt, also schon eine sehr weite Range spielen am Button. Mhm. Aber wenn du sagst, der Big Blind defendet 70, 80, ja, nee, ich bleib bei 60. Genau, das ist auch vernünftig. Wir sollten nicht, also das ist vielleicht ein Denkfehler, wir sollten nicht so viel raisen, wie er defendet. Er defendet ja nur aus Preisgründen, weil er halt einen Big Blind nachschmeißen muss und für seine schlechteren Karten kriegt er halt einen guten Preis. Wir wollen aber seine schlechtere Range halt irgendwie dominieren. Deswegen können wir nicht 80 Prozent raisen und er defendet 80 Prozent. Wir müssen halt bei unseren 50, 40, 50 Prozent bleiben. Das heißt, wir haben eine kleinere Range, die ist aber stärker und dominiert auch die Mensch, die er defendet. Das hat natürlich, wir wollen nicht freiwillig zwei Big Blinds mit, also wenn wir 80 Prozent raisen, dann müssen wir halt auch sieben, zwei Offsuit raisen oder fünf, vier Offsuit oder sonst was. Aber wir wollen mit diesen Händen keine, also nicht freiwillig, zwei Big Blinds investieren. Und deswegen sind wir, wie du schon gesagt hast, richtig bei 50, 60 Prozent hier in etwa. Das ist schon mal, das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn wir jetzt auf den Flop gehen, um zu verstehen, wann sie betten mir, wann callen wir einen Checkraise, wann checken wir behind. Hast du Fragen, irgendwas, was dich bewegt dazu? Nö, aktuell erstmal nicht, du hast das gut erklärt, das ist nachvollziehbar. Okay, dann lass uns mal einen Flop anschauen. Er wird wahrscheinlich checken. Schauen wir mal. Wie hoch möchtest du betten hier? Auf jeden Fall klein, weil ich habe hier Top Pair. Ich will ja auch Hände, zum Beispiel Asse, etc. nicht vertreiben. Also du meinst Ass hoch? Ja, Ass hoch. Hände wie Ass hoch nicht vertreiben. Ich würde hier nichtsdestotrotz klein anspielen, zwei Big Blinds. Was würdest du machen, wenn du Ass-Bube hättest? Ja, ich glaube, ich würde auch anspielen, weil ich... Und wie viel? Ermutte ich sogar dasselbe, zwei Big Blinds. Okay, hast du, ähm, also würdest du mit deiner ganzen Range immer klein betten hier? Nee, das definitiv nicht. Mit welchen Händen würdest du groß setzen wollen? Ich sag mal die Top 15, also die klassischen Monster, beziehungsweise Paare neuner aufwärts, würde ich auf dem Flop noch betten, ja. Und auch groß. Was verstehst du an dem Fall unter groß? Also zwei Big Blinds wären hier um die 30%. Genau. Gibt es auch Hände, wo du vielleicht 50% oder 60% betten würdest? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Okay, und das ist auch gut so. Also du solltest hier immer klein setzen, weil... Also es liegt nicht unbedingt erstmal in deiner Handstärke, es liegt in erster Linie, weil der Gegner eine extrem weite Range hat. Der wird sich halt von vielen Händen erstmal verabschieden. Deswegen, es hat gar keine Not hier groß zu C-betten. Genau, der Punkt ist richtig. Wir schauen uns einfach an, was passiert ist. Okay. Sehr gut, ein Drittel, finde ich sehr, sehr schön. Schauen wir, wie der Gegner reagiert. Called. Ja, called. Ja, was glaubst du, was kann er haben? Also an seiner Stelle würde ich hier die starken Hände immer noch, also Ass, Ass, Zehner, aufwärts, ähm, drin behalten. Ich würde denken, er würde auch alles, was getroffen hat, selbst die vier. Genau, genau, das ist, genau, versuch immer da anzufangen, was so ein bisschen, was ist am realistischen, wahrscheinlich ein Treffer erstmal. Eine vier getroffen, eine sieben getroffen, vielleicht auch ein König getroffen. Ähm, er kann noch ein Open Ender haben, fünf, sechs, er kann vielleicht sechs, acht spielen, also die Gutshots. Mhm. Ähm, was heißt das für deine Hand aktuell? Dass ich zumindest nicht megamäßig vorne bin. Doch. Doch? Du bist gegen jeden seiner Treffer extrem weit vorne. Du bist gegen seine Gutshots extrem weit vorne. Also gegen, sagen wir mal, er hat Dame vier, dann hast du 80 Prozent. Ja, okay. Sagen wir mal, er hat einen König, fünf, da hast du wahrscheinlich, äh, 85 Prozent. Ja. Ähm, sagen wir mal, er hat einen Open Ender, das ist mir ein bisschen okay, wenn er fünf, sechs hat, dann hat er seine klaren acht Outs. Ähm, ja. Also, wenn wir jetzt die Action mit zum Turn sehen, hat er da knappe, auch nur knappe, äh, acht, äh, siebzehn Prozent in etwa. Aber beide rechnen natürlich 35 noch, aber du wirst meistens auf dem Turn nochmal betten. Von daher, also du hast schon, die meisten Kombinationen in seiner Range hast du ganz klar dominiert mit deiner Hand. Und wenn er Interesse zeigt nach dem Flop, ist es auch wichtig, dass du, ähm, auf dem Turn dann auch ein bisschen bestimmter bettest. Das können wir uns mal anschauen. Also wenn der, wenn der Turn clean ist, schauen wir mal, ob der, und das ist keine cleane Turn, weil fünf, sechs ist einfach das jetzt. Ja, genau. Ähm, schauen wir mal, was der Gegner einmal macht. Mhm. Checkt. Checkt. Willst du betten oder checken? Ich meine, ja, wie hoch? Ich würde hier tatsache schon ein 50 Prozent Bett ansetzen. Okay. Hm, finde ich auch okay. Wir müssen halt immer noch halt aufpassen, fünf, sechs, Nuts. Ähm, ich finde aber, desto trotz, er hat immer noch genügend Kombinationen, wo du gegen du vorne bist. Ähm. Ähm, ich finde das schon eine größere Bet-Size in Ordnung. Ja. Lassen wir. Ja? Keine kurze Frage. Spielt für dich eine Überlegung, dass er jetzt hier quasi auch ein Flashtrohr liegen könnte? Ganz wenig, weil... Ganz wenig, okay. Du solltest an den Dingen, die wir auf dem Flop eigentlich, ähm, sozusagen festgehalten haben, an all seinen Treffern, an all seinen Gutshots oder Open Ender, da hatten wir nie die Rede von einem Flashtrohr. Es ist ein ganz kleiner Prozentteil, der natürlich, wenn er jetzt König 10, wenn er König 10 in Karo hat oder König 5 in Karo oder 7, 8, dann hat er natürlich sein Flashtrohr, aber das sind erstens, braucht er die Hände alle suited und es ist echt nur ein ganz kleiner Teil seiner Range. Wir haben ja gesagt, er hat eine 80-prozentige Range, die er defendet. Okay. Und sich jetzt auf diese wenigen Händen zu fokussieren, ist halt, man soll es nicht ganz vergessen, aber das ist halt, du solltest dich lieber, zum Beispiel 5, 6, hat viel, viel mehr. Mehr Kombination, offsuit und suited, als die Gedankenkombination, über die wir uns gerade Gedanken machen. Ja, das, was du letztes Mal über die Gespenster gesagt hast, hat mich durchaus bewegt, deswegen wollte ich an der Stelle nochmal nachfragen. Okay. Genau, deswegen finde ich hier auch eine größere Betzeise in Ordnung, aber wir müssen halt immer noch halt immer ein bisschen aufpassen, dass wir auch nicht uns, wir haben halt aktuell natürlich ein gutes Paar, aber wir können halt auch nicht so übertreiben, weil oft können wir einfach hier 0% haben mit unserer Hand. Genau. Das ist ein bisschen die Gefahr. Wir schauen uns mal an, was du getan hast. Ja. Wir sind da ein bisschen drüber gegangen. Ein bisschen drüber, 60% auch okay, schauen wir mal, was der Gegner macht. Called. Called, ja. Okay, ist in Ordnung. Erstmal nicht so schlimm. Gucken wir uns den River an. Guter River, er checkt. Und was möchtest du betten? Ähm, ich würde an der Stelle jetzt, hat mich natürlich den Gedanken mit Tupair, wahrscheinlich sehr weit vorne, äh, wie kriege ich am meisten Value raus aus der Hand. Ja. Ähm, wenn ich jetzt Pot bette, foldet er vermutlich nur. Ich würde hier, Tatsache, wieder höchstens 50% betten, in der Hoffnung, er muss ja einen Grund haben, noch drin zu sein in der Hand, dass er vielleicht da noch callt. Vielleicht sogar noch kleiner, nur ein Drittel. Finde ich, ja, finde ich gut sogar. Also, ich finde, ich würde auch nicht dermaßen groß setzen auf dem River, weil vielleicht hat er 4, 5, vielleicht hat er 7, 8, 7, 6. Und wenn wir da noch einen Call haben möchten, finde ich ein kleinere Bett auch noch ganz in Ordnung. Mhm. Ähm, ja, ich würde auch Richtung Hallenpott gehen, hier in etwa. Finde ich gut. Okay, gucken wir mal. Ja, ein Drittel. Mhm, ja. Ich weiß nicht, ob man zu viel Value liegen lässt, wenn man immer so klein bettet, ähm, ist halt die Frage, ähm, wie die Gegner sich verhalten auf, auf dein Buy-Ins zum Beispiel, ob die vielleicht, kann sein, dass die kleinere Bett vielleicht die Leute viel mehr animiert zum Callen, auch mit einer 4, 5, äh, vielleicht mit einer 3, 5, mit einer schwachen 7, ähm. Ähm, ist es, ob du jetzt 7 Mid-Blind-Bettest oder 11, macht mir jetzt erstmal nicht so großen Unterschied, aber, ähm, ist alles okay, finde ich erstmal. Okay. Aber tendenziell, oh. Can race. Mhm. Wie gehst du damit um? Ja, wie gehst du damit um? Ähm, genau, also es gibt hier jetzt zwei Gründe, die wir in Betracht ziehen müssen, das ist einfach erstens, wie stark ist unsere Hand aktuell und wir haben einer, wir haben einer unserer stärksten Kombinationen, also wir haben ja natürlich König 8 am Button, wir haben König 10, wir haben, also wir, wir haben viele Hände, die nur ein Paar sind, wir haben 8, 7 vielleicht, wir haben Pocket 9er vielleicht, und so weiter. Ähm, wir haben, ähm, wir haben mit unserem Top 2 Pair, also unsere stärksten Kombinationen nach dem Set und Straße, ähm, es ist einfach, ähm, die Hand ist halt auch besser als Aces zum Beispiel oder Ace King, und, ähm. Ähm, wir müssen einfach mal überlegen, mit wie vielen Händen wollen wir seinen Check Race callen, das heißt, wollen wir hier mit One Pair Händen unbedingt callen, da würde ich schon fast sagen, oh, ein paar call ich, ein paar call ich dich, aber meine 2 Pair Hände wie König 7, König Bube, König 3 würde ich, glaube ich, nicht folgen. Ähm, weil wir noch so viele 2 Pairs von ihm auch schlagen, das heißt, wir schlagen Bube 7, äh, wir schlagen auch vielleicht einen König 3, ähm, vielleicht macht er auch noch einen Race mit einem Bluff, weil wir halt zu klein wetten auch vielleicht in seinen Augen. Mhm. Ähm, und vielleicht hat er auch seinen König 9, König 10 und denkt sich, je, der hat vielleicht einen Bube und, ähm, er fühlt sich gut. Ich würde aber nicht drüber gehen, ich glaube, um drüber zu gehen, ist, kann man vielleicht machen, vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Ähm, die Sache ist halt, wenn wir nochmal rüber gehen, es gibt halt Gegner, die, wenn man Leute markiert hat, die in der Station sind, die vielleicht lighter callen, dann gehe ich rüber, dann weiß ich, kriege ich eine Auszahlung, aber wenn er jetzt, ähm, hier rüber zu gehen mit der fertigen Straße ist, ist schon so ein Tick gefährlich, ich finde einen Call hier einfach noch völlig okay. Okay, dann gucken wir mal, was er gemacht hat. Hat gekreut. Ja. Okay. Und er hatte das Set. Ja, aber da, ich würde sagen, hier bist du noch relativ günstig rausgekommen und dein Gegner hat hier definitiv den Fehler gemacht, hier einen großen Part zu spielen. Der hatte hier nochmal seine 25 Big Blinds, also er hat jetzt knappe 30 von dir gewonnen, der hätte aber 25 Big Blinds noch gewinnen können von dir. Das heißt, du hast hier, statt 100% zu verlieren, hast du nur knappe 60 verloren. Das ist, ähm, das ist, ähm, finde ich sogar, ähm, also da hast du nichts falsch gemacht. Finde ich erstmal in Ordnung. Okay, freut mich, hier zu hören. Wo meinst du, wo meinst du lag jetzt sein Fehler, wo du sagst, er hätte auch noch mal den Rest von mir kriegen können? Ja, nachdem du den Flop bettest und den Turn hoch ansetzt, also er hätte entweder auf den Turn raisen können oder er hätte auch den River auch rollen gehen können. Also der hätte definitiv von dir einen Aufdoppler gekriegt, komplett. Okay. Und das ist sein Fehler, aber das ist so, ist sein Problem. So, für uns ist das... Ja, na klar. Für uns ist das absolut top. Mhm. Und damit, also damit lieben wir ihn sehr, sehr gerne. Weil wenn es zum Beispiel andersrum wäre, wenn er Königbohm hat und wir haben Siebener, dann ist es unsere Aufgabe, unseren ganzen Stack reinzukriegen. Und wenn er das vermisst, hast du eine ganz klare Edge gegen ihn. Und die Setups werden auch umgekehrt. Irgendwann hat er Königbohm geblendet, du hast Siebener am Button. Und jetzt wird das vielleicht das gleiche Board kommen. Und dann, selbst wenn du hier jetzt Jan verloren hast, wird deine Chance oder deine Aufgabe, ist es halt in der Situation, wo die Hände auf deiner Seite sind, maximal rauszuholen. Und hier hast du durch seinen Fehler minimal verloren. Mhm. Ich würde sagen, lass uns nochmal in eine andere Hand reinspringen. Alles klar, machen wir. Mich würde interessieren... Nimm mal die... Boah, die Bubus 7 sieht schon echt heftig aus. Ihr? Ja, die andere sah auch schon heftig aus, aber okay, hier sind alle short, die brauchen wir nicht. Die ist nicht so... Das ist die nicht. Ja, die sind sehr, sehr short. Ablauung. Ja, nimm mal die rein. Die könnte interessant werden. Okay. Klicke mal durch. Bis zur nächsten Action. Mhm. Ja. Finde ich in Ordnung, sehr gut. Bubus 7 ist tutet am Button. Ich würde hier... Bube 6... Boah, ist schon dünn. Ja, weiß ich nicht. Bube 6 würde ich... Man kann hier Bube 6 und Bube 5 tutet auch stehlen. Wenn man so ein bisschen mehr Erfahrung hat. Aber für die, die ein bisschen unerfahren sind, fangt bei Bube 7, Bube 8 auf jeden Fall an. Dann machen wir weiter. Okay. Small Blind Cold. Big Blind Cold. Okay, jetzt ist es spannend. Jetzt hast du eines deiner schlechtesten Kombinationen gegen zwei Gegner. Jetzt lass uns mal schauen, wie du dich da verhältst. Okay. Ja, du hast einen Open Ender. Interessant. Ja. Und noch einen Vector Flush. Schau mal, was die anderen beiden machen erstmal. Oh, er bettet sofort. Er callt. Warte, warte. Ja, ja, ja. Ja, wie gehst du damit um? Ich würde hier an der Stelle Tatsache callen. Mit dem Open Ender, mit dem Backdoor Flush Draw würde ich hier auf jeden Fall noch callen. Bei den Sticks. Warum willst du nicht raisen? Weil ich in meinen Augen keine fertige Hand habe. Also ich, das wäre für mich ein Bluff. Ja. Glaubst du, die anderen sind fertig? Also wie schätzt du die Gegner ein? Weil das ist eigentlich der wichtigste Grund, um zu sagen, ich race jetzt, also ich versuche zu Bluff 100 oder nicht. Also Donbett ist ja eine Sache, ja, kann vorkommen, kommt aber selten vor. Das verrät mir. Entweder hat er ein Paar, das höher ist, irgendwie Zehner, Buben und so weiter, oder er hat hier irgendwas getroffen. Was er für gut erachtet. Die neun zum Beispiel. Oder hat vielleicht sogar ein Flush Draw, weil er zweimal Kreuz hat. Das wären so meine Überlegungen. Das heißt, wenn du jetzt erhöhen würdest, würde er nicht wegschmeißen. Würde ich nicht erwarten. Okay, genau. Das ist halt der wichtigste Grund, warum sollte man Bluffen, wenn du erwartest, dass der Gegner aufgibt, weil er vielleicht nicht so stark sein kann. Oder weil du ihn nicht so stark einschätzt. Solltest du immer überlegen, wann teilst du deine Hand in den Bluff ein. Und hier würde ich auch callen und finde es absolut in Ordnung. Aber es ist schon mal wichtig für den nächsten Turn und River. Es ist extrem wichtig, jetzt zu sehen, wo hinten wickelt sich unsere Hand. Ja, okay. Gut, hatten wir ja gerade schon gesehen. Ja. Und dann haben wir auf dem Turn das Ass. Er checkt, er checkt. Was hast du jetzt vor? Was Spieler häufig machen, das kann auch eine Möglichkeit sein, dass er eine hohe Ass X-Hand hat und dass er deswegen noch gedonkt bettet hat. Das würde mich verunsichern. Nee, 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 nee. Und das meine ich. Du hast deine Theorie auf dem Flop besiegelt. Da hast du ein Schloss rumgesetzt. Du hast gesagt, er hat Zehner, er hat Buben, was ich auch nicht realistisch halte, weil er hat normalerweise re-raced. Aber du hast gesagt, er hat Flachstoß oder Top-Hairs. Was absolut realistisch ist. Jetzt springst du auf einmal wieder und sagst, aber der kann ja auch irgendwelche Ass hoch angespielt haben auf dem Flop. Nur weil das Ass gekommen ist. Und diesen Fehler darfst du nicht machen. Das hatten wir auch schon beim letzten Mal. Ja. Du darfst halt nicht immer abhängig von der Turnkarte sagen, auf einmal verändert sich auf einmal die Range vom Gegner. Weil die Range ... Wir fangen ja an zu sagen, vor dem Flop hat er hiermit bezahlt. Nach dem Flop setzt er aus den und den Gründen. Das ist eine Art Puzzle. Und wenn wir dieses Puzzle aufbauen, dann müssen wir am Ball bleiben. Wir können nicht auf dem Turn auf einmal sagen, hey, wir geben ihm mal was ganz anderes, wovon wir gar nicht geredet haben auf einmal. Du, ich hab das jetzt vorhin einfach nur vergessen zu erwähnen. Ja? Das wär durchaus auch noch eine Kombination, auf die man häufig trifft. Donk-Bett mit guten Ass-X-Kombinationen. Genau, aber das Natürlichste, also dein Natürlichste Gedanke auf dem Flop, das ist immer der richtigste Gedanke. Okay. Dein Natürlichste Gedanke war, dass er irgendwie ein hohes Paar hat, also dass er ein Toppaar hat oder ein hohes Paar. Also dass du sagst, er hat gut getroffen und will jetzt betten. Und diesen natürlichen Gedanken musst du immer festhalten. Ansonsten wirst du, dieser natürliche Gedanke wird dir den Weg leiten, genau um die Wahrheit zu finden, wie stark dein Gegner ist. Und der Gegner verrät sich durch seine Bett. Der hat sich schon verraten. Der hat gesagt, hey, ich hab hier Interesse an dem Pott, der Flop gefällt mir. Und das Nächste, was sehr natürlich ist, wenn du glaubst, dass er einen Ass hoch auf den Flop angespielt hat, warum sollte er jetzt das Ass nicht weiter feuern, wenn seine Karte kommt, auf die er gewartet hat? Also er hat dir zwei natürliche Signale gesendet und du hast die einfach beide umgedreht. Also du fängst hier an, jetzt umzudrehen. Das sind natürliche. Erstens, er setzt auf den Flop seine Treffer, seine Draws. Und auf den Turn ist der Nächste natürliche Gedanke von ihm, er checkt. Das sind zwei Signale, die musst du natürlich aufsaugen. Du hast aber gerade in den Micros, hast du es ganz oft, dass die Leute so einen Move machen und dann mit dem Ass, wo sie ihre hohe Karte treffen und denken, sie sind weit vorne, anfangen zu sagen, ich check jetzt nur noch, damit ich Value von den anderen kriege. Das ist ein sehr häufig gesehenes Verhalten. Aus dem Grund habe ich das ja gerade auch so angesprochen. Aber wir können es ja schauen, wie die Art am Ende ausgeht. Für dich ist aber... Ich habe deine Message verstanden. Für dich ist halt nur wichtig, willst du jetzt zum Beispiel... Beide haben jetzt gecheckt, willst du den Turn bluffen oder nicht? Würde gegen mein Gefühl gehen. Ich würde jetzt hier Tatara auch noch checken. Genau, finde ich auch in Ordnung. Sei jetzt, ob die Gegner jetzt ein Ass häufiger so spielen oder nicht. Es kann natürlich vorkommen. Ich denke aber, dieser natürliche Faktor in der Pokerdynamik, den solltest du, glaube ich, über allen anderen immer fokussiert. Also ich würde schon sagen hier, das ist schon 60, 70 Prozent, worauf du achten musst. Ja. Und dann aber im Hinterkopf behalten, dass die Leute auch manchmal so ein komisches Plays machen. Aber Hinterkopf. Aber immer dieser Main-Gedanke, was die Leute von sich preisgeben, das sind deine Informationen, mit denen du arbeitest. Immer. Ja, verstehe. Ich finde auch, den Turn würde ich auch nicht bluffen, obwohl man die halt Ass vielleicht benutzen könnte. Aber wie gesagt, die Leute, die trennen sich eh nicht von der Neuen, trennen sich von ihren Draws nicht. Hat noch mal andere Gründe, warum ich eher checken würde. Deswegen finde ich Check auch in Ordnung. Alles klar. Ja. Gucken wir mal, was ich gemacht habe, oder? Genau. Hat auch gecheckt. Okay. Genau. Nimmst die freie Karte, die Neuen kommt. Wir schauen jetzt mal, wie sich der Smallland, ja, der battelt schon wieder. Der Big Blind schmeißt weg. Und ja. Ja, das würde ich jetzt eigentlich für meinen Verdacht treffen oder zustimmen. Er hat entweder ein Over, also schon ein Top-Pair in der Hand oder er hat die Top-Pair getroffen auf dem Board, die Neuen. Dann hat er jetzt hier ein Set und ich bin geschlagen. Ich wurde hier Tatsache auch voll. Ja, auch so, auch wenn jetzt, auch wenn jetzt zwei kommen werden. Du bist halt, deine Karte kann ich ahnen. Ich, genau, ich habe Uwe hoch. Genau, genau. Deswegen, ja, voll. Alles klar. Hat er auch gemacht. Genau. Sehr gut. Also, ich finde an sich, die Hand hat sehr, sehr gut gespielt. Du hattest auch nicht viel Möglichkeiten, meiner Meinung nach. Und ich würde sagen, lass uns nochmal eine dritte, letzte Hand nehmen. Uwe Dahme, Offsuit, wo? Ach da. Okay, die sieht doch schon mal gut aus. So, interessant. Genau, du hast jetzt hier Uwe Dahme, Smaller bezahlt, hat einen großen Stack. Ist, den nächsten Gedanken, den ich dir so ein bisschen jetzt vielleicht wegnehmen möchte, ist, glaubst du, er würde jetzt mit Pocket 10ern und Boom und 9ern vielleicht ein Re-Waste machen vor dem Flop? Würde ich in Betracht ziehen, ja. Genau, das ist, das, ähm, As-König, As-Dame, As-Bube, As-10. Ja, auch definitiv. Okay. Schon mal gut. Dann halten wir schon mal fest, ähm, die, die starken Hände hat er nicht in seiner Range. Wir schauen uns den Flop einmal an. Okay. Das heißt, Gena hat wieder weite Range. Ähm, schauen wir mal, was macht er? Äh, er checkt nur. Er checkt. Willst du hier betten? Ja, nein. Was spricht dafür? Was steht dagegen? Oh, schwierig. Aber ich würde, weil wir die starken Hände, wie gesagt, ausgeschlossen haben, ähm, ich eine relativ starke Hand halte. Ich würde tatsache hier klein an, an betten. Mhm. Was glaubst du, was passiert dadurch, wenn du einen kleinen setzt hier auf dem Flop? Welche Hände schmeißt er weg? Er hat den absoluten Müll sozusagen, den er jetzt noch ausprobiert hat, also wirklich sehr schwache. Und was glaubst du, was glaubst du, was werden denn bleiben dabei? Ähm, ja, Paare wie, wie, Sechser vielleicht, Achter, Neuner. Ja, aber Neuner, haben wir ja schon gesagt, wird er wahrscheinlich vom Flop re-raisen. Das heißt, äh, die, die, die würde ich schon mal ein bisschen ausschließen, Neuner, Achter vielleicht auch. Okay, ja gut, Neuner hätte ich jetzt an der Position an seiner Stelle nicht re-raised, deswegen waren die in meiner Wahrnehmung so nicht drin. Aber ja, okay. Genau, was glaubst du, Ass-4, Ass-2? Ja, Ass-4, Ass-2 mit einem, mit einem, äh, Streator würden definitiv callen. Hm, was glaubst du, was ist mit König-10? Wurde ich auch noch callen. Glaubst du denn, es würde, macht es denn, es ist überhaupt Sinn zu betten, wenn er so Hände wie Ass-Hoch und König-Hoch gar nicht wegschmeißt? Ja, wahrscheinlich nicht, wenn du schon so fragst. Ja, ja, genau. Also hier macht ein Siebert nur Sinn, wenn du der Meinung bist, er würde so Hände wie Ass-8 oder Ass-9 wegschmeißen, oder so Hände wie König-Bube, König-10, König-9. Wenn du glaubst, die Leute callen es zu häufig mit dem Ass-Hoch, was sie auch oft tun, aber hier ist halt wichtig, wie oft schmeißen sie einen König-Hoch weg. Ansonsten, wenn sie sich von Ass- und König-Hoch niemals trennen und die schmeißen nur Bube hoch weg, 10 hoch weg, dann brauchst du gar nicht Siebert, dann bist du eh vorne. Ähm, Siebert ist in der Regel eigentlich dafür gedacht, Pot so mitzunehmen und gleichzeitig vom Gegner, natürlich willst du auch, dass er mit 9-10 nicht noch trifft, das heißt, Siebert ist auch oft, damit er seine Equity oder seine Gewinnwahrscheinlichkeit nicht realisiert, aber in der ersten Linie machst du Siebert schon häufig, damit er Hände wegschmeißt, die sogar aktuell besser sind als deine. Deswegen sind Siebert häufig erfolgreich, weil wenn der Gegner nicht trifft, gewöhnt du den Pot auch so mit. Wenn du aber der Meinung bist, okay, der schmeißt den Ass und König-Hoch eh nicht weg und seine Treffer bezahlen sowieso, seine Pocket-Paare und seine Gut-Shots, dann würde ich hier dir sogar von der Siebert abraten und du kannst die Hand dann natürlich auf Turn und River aber immer noch irgendwie versuchen zu gewinnen. Ja. Dann schauen wir mal an, was passiert ist. Checks behind, genau. Willst du einmal, ich finde es auch nicht, genau, ich finde es auch nicht verkehrt, wenn du der Meinung bist, er erfüllt nicht so viel, dann kannst du aber immer noch die Hand auf Turn und River gewinnen und schauen, wie genau, wir haben die erste, er hat gecheckt, guckt erst mal, was du tust, du checkst. Jetzt gucken wir uns, was macht der Gegner auf den Turn, auf unsere Check. Sieben kommt, wie verhält sich der Gegner? Er bettet jetzt. Und relativ sehr, sehr hoch, wettet er auch. Ja. Schwierig, in den Micros hast du es oft, dass Leute, gerade man sieht es ja an seinem Stack, er ist sehr gut unterwegs, dass die plötzlich breite Brust haben und merken, wenn der nur rübercheckt, knalle ich dem erstmal eine große Bat vor die Brust, um ihn abzuschrecken. Das ist die eine Variante, die ich häufig antreffe, die andere ist, er hat Tatsache sowas wie eine Sieben in der Hand, hatte aber Angst vor hohen Paaren oder weiß der Geier was und hat sein Set getroffen und bettet deswegen. Genau, also wenn er eine Sieben hat und hier bettet, geht er einfach für Value. Also es geht nicht unbedingt um den Faktor, dass er vielleicht Angst hat vor irgendetwas so, wenn du Zehner hast, dann will er ja, dass du, dass du ja bezahlst. Sehr ja, klar. Aber das hat er ja natürlich auch schon ausgeschlossen, nachdem Flop Check-Check war, weiß er auch häufig das, selbst wenn er nicht die Sieben hat, selbst wenn er eine Fünf hat oder Pocket Sechser oder Ast Drei, weiß er jetzt ja eigentlich, hey, es ging Check-Check, ich habe eine gute Hand. Das ist halt natürlich, dass er halt bettet, so für Value. Ja, was möchtest du mit deiner Hand machen? In Anbetracht des doch recht geringen Stacks würde ich hier folgen. Genau, hier solltest du auch folgen, auch wenn du vielleicht der Meinung bist, ja, du könntest vielleicht den Stack ausnutzen oder so weiter, hast du ja erstens Dame hoch, deine Hand kann sich nicht weiterentwickeln. Und hier einen großen Move zu starten, macht für mich gar keinen Sinn. Der Gegner, wenn du hier rübergehst, dann wird er vielleicht, wenn er mit Zehn hochgeblauft hat, halt Zehn hochfulden, aber ansonsten ist die Gefahr viel zu groß, dass er weiter bezahlt, dass du keinen Showdown-Value hast, auch, das heißt, also wenn du hier zum Beispiel eine Hand hast, wie vielleicht Ast Sechs zum Beispiel oder Ast Vier, kannst du erstens wegen deinen Bauchschutz bezahlen, aber du kannst auch noch bezahlen, weil du glaubst, hey, vielleicht ist Ast hoch noch gut, weil er vielleicht 9, 10 hat, weil er vielleicht König hoch hat oder vielleicht hat er König 8 ein Herz oder, weißt du, aber deine Hand ist halt, du willst mit der Hand eigentlich nicht in den Showdown gehen, deswegen finde ich hier auch einfach die Hand aufzugeben, völlig in Ordnung. Ja. Okay, gucken wir mal, ja. Sehr gut. Gott sei Dank kein Blödsinngebot. Sehr, sehr gut. Ja, falls ihr noch Fragen habt zum Thema Steals, schreibt das doch gerne in die Kommentare rein und das, was ich Letos als Hausaufgabe heute wieder aufgeben kann oder muss, ist einfach Versuch einfach die Hinweise oder Informationen, die die Gegner, also die Informationen, ob sie jetzt checken und betten, verraten schon extrem viel, gerade wenn sie einen Flop setzen und den Turn setzen. Das sind alles natürliche Informationen, die viele Gegner von sich preisen, gerade in den Mikrostakes. Ich glaube, sich selber immer wieder reinzuleveln, weil man der Meinung ist, der Gegner levelt sich rein, dann entsteht eine Dynamik, die willst du nicht haben. Wenn du Gegner hast, die auf den Flop ihren Ass hochsetzen und auf den Turn auf einmal zu checken, weil die Meinungen sind, die machen eine Falle und so weiter. Du hast Gegner, die machen das ab und zu, aber die lassen auch Geld liegen, wenn sie sich so reinleveln. Ja, das versteht mich für uns. Du musst ja nur so diese Spieler markieren und sehen, okay, vielleicht hat er das einmal getan, aber die natürlichen Informationen, dass er den Flop checkt, bettet, den Turn checkt, den River wieder bettet, schreit eigentlich nach dem, dass er irgendwie einen neuen hat und eher nicht das Ass. Also eigentlich, dieses Muster, was er hinten gelegt hat, schreit eigentlich mehr nach dem einen als nach dem anderen. Ja. Und wenn du keine Informationen zum Gegner hast, solltest du dich eigentlich immer einfach dafür entscheiden, was wahrscheinlicher ist. Immer wieder, was ist wahrscheinlicher? Ja, hat er eher den neuen oder das Ass? So, und gibt mein Gegner auf oder gibt mein Gegner nicht auf? Blöffig oder blöffig nicht? Das heißt, mehr mit der Natürlichkeit arbeiten und weniger in das, was du selber immer wieder vielleicht mal erlebt hast. Das passiert halt einfach auf, aber trotzdem, jede Hand, die du neu spielst, kriegst du neue, natürliche Informationen und die einfach immer wieder einfach mitnehmen. Genau, auf Action achten. Also auf die Action achten. Wann ist die Action passiert? Das heißt, er setzt den Flop und checkt den Turn. Das ist eine ganz klare Sprache, die er spricht. Und die solltest du einfach natürlich mitnehmen, wenn du keine Informationen zum Gegner auch hast. Und das kannst du natürlich auch ausnutzen, dass du sagst, hey, ich bluff das Ass auch. Und da gibt es auch Leute, die geben auch wahrscheinlich manchmal auf, manchmal nicht. Du musst ein bisschen drauf achten. Hast du schon ein, zwei Hände gegen die gespielt? Genau, und dann können wir uns vielleicht auch in der nächsten Folge auch anschauen, wie verhältst du dich am Cut-Off und am Hijack? Das heißt, wenn du nicht am Button bist, sondern einen Tick später, können wir uns gerne nochmal anschauen. Das Thema Stealing können wir da nochmal ein bisschen ausweiten und ein bisschen intensivieren. Jetzt haben wir ein paar Beispielhände gehabt. Und ja, falls ihr Fragen zum Thema Stealing habt, machen wir noch eine zweite Folge. und alles, was ihr dazu wissen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Letos, wir machen mal im nächsten Mal weiter und dann würde ich sagen, sind wir raus für heute. Schaltet ein bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.